InterSurgical ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant einer großen Auswahl von Einwegprodukten für die respiratorische Unterstützung. Mit über 35 Jahren Erfahrung in diesem Bereich kennen wir die anspruchsvollen klinischen Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden und ihrer Patienten. Unser ganzheitlicher Geschäftsansatz ermöglicht es uns im gesamten Unternehmen die höchsten Standards einzuhalten und schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren. Unser Unternehmensziel ist es, die bestmöglichen Lösungen für Patienten und Anwender zu bieten, die Qualität, Innovation und Service schätzen. Unsere Produktpalette wurde entwickelt, um flexible Patientenlösungen für den Einsatz in den Bereichen Atemwegsmanagement, Anästhesie, Intensivmedizin und Sauerstoff- und Aerosoltherapie für den Einsatz in der Notfallversorgung, im Krankenhausumfeld sowie im Homecare-Bereich anzubieten. Diese Fokussierung auf unser Fachgebiet ist ein wichtiger Faktor, der InterSurgical einzigartig macht. Jeder unserer Produktionsstandorte konzentriert sich auf ein bestimmtes Geschäftsfeld, wodurch wir besondere Expertise in den einzelnen Fertigungsbereichen aufbauen können. Vom Konzept bis zum fertigen Produkt nutzen wir die neueste Technologie bei Design, Werkstoffen und Fertigung, um ein Höchstmaß an Qualität und Leistung zu gewährleisten. Alle unsere Produkte werden nach den Anforderungen der relevanten internationalen, europäischen und nationalen Normen entwickelt und hergestellt, während unser Qualitätsmanagementsystem nach den Anforderungen der ISO 9001, ISO 13485 und der EU-Richtlinie für Medizinprodukte bewertet und zertifiziert ist. Dies gewährleistet, dass unsere Produkte CE-gekennzeichnet sind und in der gesamten EU, den USA und dem Rest der Welt verkauft werden. Heute sind unsere Kunden weltweit auf der Suche nach umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen. InterSurgical hat ein Umweltmanagementsystem eingeführt, zertifiziert nach dem internationalen Standard ISO 14001. Wir arbeiten hart daran, Umweltbelastungen durch neuartige Materialien, energieeffiziente Produktionsverfahren, Recycling von Abfallstoffen sowie der Nutzung von Ökostrom zu verringern. Werfen wir einen Blick auf unsere Produktpalette. Atemwegsmanagement – ein Sortiment an Produkten für das Atemwegsmanagement. Vom Y-Stück des Beatmungssystems bis zum Patientenatemweg, einschließlich einer umfassenden Auswahl an supraglottischen Atemhilfen wie der innovativen Eye-Gel oder Larynxmasken. Das Sortiment umfasst auch Guedel, Trachialtuben, Laryngoskope, Bougies und Stylits, Patientenverbindungen, Beatmungsfilter sowie Wärme- und Feuchtigkeitstauscher. Entwickelt zum Schutz und zur Befeuchtung in der Anästhesie, Intensivmedizin und häuslichen Pflege. Anästhesie – ein Sortiment an Produkten, die für den Einsatz in der Anästhesie sowie der Reanimation und Notfallversorgung entwickelt wurden, einschließlich Anästhesie-Beatmungssystemen, Anästhesie-Masken, Reanimationssystemen und Zubehör, um die klinischen Bedürfnisse aller Patienten zu erfüllen. Wir bieten auch eine Reihe an medizinischen CO2-Absorbern und Standard-Atemkalk, die lose oder in praktischen vorgefüllten Kanistern für die gängigsten Anästhesiegeräte erhältlich sind. Intensivmedizin – ein Sortiment an Atemwegsprodukten zur Beatmungsunterstützung in Intensivstationen für Erwachsene, Pädiatrische und Neonatale Patienten. Dazu gehören passive und aktive Beatmungssysteme, Transport- und B-Level-Beatmungssysteme, Befeuchtungsgeräte, Patientenschnittstellen, Oral Care, Trachsil-geschlossene Absaugsysteme und Zubehör. Sauerstoff- und Aerosoltherapie – ein Sortiment an Produkten für die Verabreichung von Sauerstoff, Aerosol, Befeuchtung und Verneblertherapie. Einschließlich Sauerstoffmasken mit fester und variabler Konzentration, Aerosolmasken, Befeuchterflaschen und Vernebler. Dieses Sortiment umfasst die Intersurgical Ecolight Masken, die sowohl Patientenkomfort bieten als auch eine umweltfreundliche Lösung darstellen. Intersurgical ist ein globales Unternehmen mit direkten Tochtergesellschaften und regionalen Vertriebsbüros auf der ganzen Welt. Darüber hinaus verfügen wir über ein Netzwerk von exklusiven Fachhändlern, die ihre Bedürfnisse weltweit unterstützen. Intersurgical bietet Qualität, Innovation und Service.